10-12 Leute, die pro Jahr wegen Spielsucht zu uns kommen und sagen, wir haben ein Spielproblem und ich würde gerne was tun. In den meisten Fällen ist es auch so, dass dann die Spielsucht dahinter steckt, sonst kommt die auch nicht wirklich zu uns. Ja, das ist eine recht kleine Zahl an Betroffenen, die jetzt endlich Hilfe suchen bei uns. Und wir wissen, die durchgezogen werden es natürlich viel zu hören. Aber das Problem bei Spielsucht ist, dass die Menschen sehr spät in den Verein bekommen und sehr spät sich Hilfe suchen. Das liegt daran, dass viele das Spielsuchtproblem so nicht erkennen oder anerkennen und das erst vergleichen mit Alkohol und sagen, naja, das ist auch anderes. Alkohol trinke ich, spielen...